Olimpische Spiele Innsbruck 1976 Grüss Gott, meine Damen und Herren, ich begrüsse Sie vom Fusse des Matcha-Kobels, Bernhard Russi, der Olympiasieger von Sapporo Untertitelung des ZDF, 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 der Olympiasieger von Sapporo Der Sieger ist wieder der Franz Fünfmal hat er es riskiert und das sechste Mal probiert Doch der Sieger ist wieder der Franz Ich war zu leer und so erleichtert und so glücklich und da kommt dieser Russe daher und der tut Er hat mich umhalsen und sagt, ich gratuliere Mir hat es runtergepeitelt von oben bis unten und nie gedacht, dass ich die Bestzeit fahre Gewinner der Goldmedaille und Olympiasieger, Franz Klammer, Österreich Premier, Franz Klammer, Franz Klammer, Franz Klammer